Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Veränderung des Grifftechnik fühlt sich unkomfortabel an. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Veränderung des Grifftechnik fühlt sich unkomfortabel an und so was machen die Leute nicht gerne. Aber wenn sie häufig... Aber wenn man möglichst häufig hebt, hält das nicht lange an. Ihr werdet staunen, wie schnell sich die neue Griffpferdraub anfühlt. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Veränderung des Grifftechnik sich unkomfortabel anfühlt. Und so was machen die Leute nicht gerne. Aber wenn man möglichst häufig übt, ihr werdet staunen, wie schnell sich der neue Griffpferdraub anfühlt. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Veränderung des Grifftechnik sich unkomfortabel anfühlt. Und so was machen die... Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Veränderung des Grifftechnik sich unkomfortabel anfühlt. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Veränderung des Grifftechnik sich unkomfortabel anfühlt. Aber wenn man möglichst häufig übt, möglichst häufig übt, fühlt sich nicht lange an. Aber wenn man möglichst häufig übt, hält das nicht lange an. Ihr werdet... Ihr werdet... Ihr werdet... Ihr werdet... Ihr werdet... Ihr werdet... Wie schnell sich der neue Griff... Wie schnell sich der neue Griff... Wie schnell sich der neue Griff... Vertraut anfühlt. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Änderung des Grifftechnik sich unkomfortabel anfühlt. Und so was machen die Leute nicht gerne. Aber wenn man möglichst häufig übt, dann werdet... Ihr werdet... Wie schnell sich der neue Griff... Wie schnell sich der neue Griff... Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Wie schnell sich der neue Griff... Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Änderung des Grifftechnik sich unkomfortabel anfühlt. Und so was machen die Leute nicht gerne. Aber wenn man möglichst häufig übt, dann... Ihr werdet... Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch... Und ich würde mich sch... Oh no! Das war's meine Damen und Herren. Das war's meine Damen und Herren. Ich weiß, dass eine Änderung des Grifftechnik sich... Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Und so was machen die Leute nicht gerne. Aber wenn man möglichst häufig übt, dann... Ihr werdet staunen, wie schnell sich der neue Griff vertraut anfühlt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020